Nie mehr 2. Liga. Die Mainzer Party kannte keine Grenzen mehr. Sandro Schwarz und Co. werden bei ihrer Ankunft aus Dortmund von hunderten Fans gefeiert. Der Karnevals-Club bleibt auch im nächsten Jahr erstklassig. Natürlich ist das ein geiler Moment. Eine weitere Saison. Erste Liga. Auswärtssieg in Dortmund. Nach einem geilen Spiel in Leipzig. Alles wunderbar. Sensationell. Was die Menschen heute wieder veranstaltet haben, das war großartig. Das macht Mainz 05. Pause! Großartig, was sie jetzt hier alles betreiben. Sensationell. Das ist Mainz 05. Und das Gute ist, wir können es nächste Woche nochmal erleben. Geil. Einfach geiles Gefühl. Großartig. Dankeschön an alle! Vor allem Trainer Schwarz wird gefeuert wie ein Popstar. Ohne Sandro. Werden wir gar nicht hier. Ohne Sandro. Werden wir gar nicht hier. Sandro. Sandro. Ich wünsche ihm, dass er noch länger hier arbeiten darf, dass er zeigen kann, was er kann. Ich glaube, dass er was kann. Ich hoffe, dass er langfristig unser Trainer bleibt. Heute trinke ich ausnahmsweise mal was. Ganz ausnahmsweise trinke ich heute mal was. Alle Getränke, die vor die Flinte kommen, werden wir heute verhaften. Aber sowas von. Das hat er sich auf jeden Fall verdient. Genauso wie... Ich muss rein, ich muss eine rauchen. Und während die Spieler irgendwann nicht mehr zu sehen waren, ging die Party für die Fans einfach weiter. Inklusive Feuerwerk. Inklusion Inklusion